Natürlich wäre es die Kirche, Wissenschaftsverbot, aber alles falsch ist natürlich nicht. Da sollte der Papst natürlich schon dafür sorgen, dass man dafür eintritt, dass das nicht so ist. Und was man dann auch tun sollte, lasst natürlich mit Untauch Raucher zufrieden. Es kann natürlich nicht die Welt retten, aber schon ein wenig was bringen, weil man sieht eh was aus der Stadt geworden ist und so weiter. Natürlich es wäre Essen und Drogenkonsum und so geht es eben nicht. Es kann auch die Welt nicht im Gesamten retten, aber es bringt doch etwas. Natürlich bei Fleischkonsum und Tierhaltung sollte man etwas vorsichtig sein, natürlich. Das stimmt natürlich schon.